Ich mache gerne ein bisschen gestreichelt Wissen. Er war auch gestern in der Disco, ne? So? Spät nach Hause gekommen, Freundchen. Mit Luise zusammen, ne? Die liegen beide auf der Couch und jetzt habe ich ihn mal rausgeholt aus der Stube. Kann ruhig mal ein bisschen in der Werkstatt sitzen mit mir. Oha! Heine hat Höhenangst, das weiß ich. Ganz in hohe da oben, he? Finde Stoffen, ne? Das habe ich nicht geärgert, ne?